Der Diktator von Nordkorea ist aber gleich kalt den Kopf wie Donald Trump. Sie bauen an beiden ein wenig Raketen und mit Nuklear-Sprengköpfen bereitstellen. Sie sind beide nicht so gesund, sie sind beide viel zu dick. Kim Jong-un ist 140 kg bei 1,75 m und Donald Trump ist 160 kg bei 1,90 m. Ich denke, die beiden werden Diabetes haben, eine große Leber. Gestern waren sie auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Die werden wahrscheinlich jetzt gleich mal abgewählt. Und dann müssen wir wieder fähige Demokraten finden, was sie sicher werden in Amerika. Ist ja 80 mal so gross wie die Schweiz. Und dort werden sie sicher einen fähigen Demokrat finden, der das managen kann. Die mit der Wirtschaftslage umgehen kann. Und nicht einfach immer die Säcke füllt mit Geld. Und später noch Pust im Sack macht auch noch dazu. Und Kim Jong-un von Nordkorea und Donald Trump. Die müssen wir zuerst mal in die Wüste schicken. Dass sie ein wenig weniger geben zum Essen und ein wenig weniger zum Trinken. Und dann werden sie wieder schön schlank sein. Und das ist auch besser für die Gesundheit und sieht auch besser aus. Sie werden dann echt ernster genommen. Und sie sind so fette Schweine. Und darum muss ich sagen, wir sollten es bei Wasser und Brot auf Laune halten. Und dann kommt das gut mit den beiden.